Wenn ihr sehen könnt, habe ich mir jetzt hier nämlich was zu essen bestellt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass die letzten zwei Tage nichts kam. Ich hatte nur so unheimlich viel zu tun. Dafür kommt jetzt eine Kleinigkeit und ich schneide gerade eben sowieso das Video vom Montag, was relativ groß geworden ist, da ich da so den ganzen Tag so kleine Schnüpselchen gemacht habe. Das ist ganz cool geworden, denke ich. Ich hoffe mal, dass ich jetzt scharf bin. Wenn nicht, dann schlage ich mein Handy. Ansonsten schaue ich gerade nach mit einem Stream für Hobbit 2. Habe ich mir ja schon mal angeguckt. Jetzt will ich nur so ein paar Stellen nachgucken. Dann schaue ich mir eben wenigstens, weil ich mich nur an. Deswegen ist es moralisch, denke ich, schon vertretbar. Da ich mir das jetzt mal im Internet angucke. Wer damit Probleme hat, soll sich eins klingen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Damit schließe ich diese leider total unverständliche Blockwoche ab. Ich habe es nicht geschafft. Dafür werde ich nächstes Jahr im Januar hoffentlich nochmal einen Nachrichten. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine fulminante Weihnachtszeit. Und viel Spaß mit den Let's Plays, die jetzt in den nächsten 2-3 Tagen immer wieder auf dem Flugladen werden. Und meinen ganzen anderen Updates. Ich will noch ein bisschen was kommen. Tschüss. Ja, wir haben 23.42 Uhr, und ich entschuldige mich herzlich dafür, dass ich es auch zum Schnittstechnikpunkt nicht schaffe, dem Montagslog am Sonntag, sondern erst morgen am Montag, also eine Woche spät. Aber dafür wird die Blockwoche so weit vorgesetzt, dass ich drei Tage am Stück habe. Und ja, ich bin extrem müde, weil ich letzte Nacht fast gar nicht geschlafen habe. Deswegen schneide ich das jetzt auch noch um den Stratis hoch. Tschüss, Leute.